Kenneth Allen Kenny Johnson ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Leben Johnson ist seit 1990 als Schauspieler tätig. Hauptsächlich spielte er in US-Fernsehfilmen und Fernsehserien. Auch in größeren Filmen wie Zweite Liga, Die Indianer von Cleveland, Sind Zurück oder Blade war er in kleineren Rollen zu sehen. Seinen endgültigen Durchbruch hatte Johnson mit der FX-Krimiserie The Shield. Er spielte in den ersten fünf Staffeln der Serie den Detective Curtis L.E.M. Lehmensk. Im Anschluss gehörte er als Hemdui zur Hauptbesetzung von Saving Grace. Ab 2009 war er zusätzlich wiederkehrend als Gozik in der FX-Serie Sons of Anarchy zu sehen. Auch in der NBC-Krimiserie Prime Suspect hatte er als Matt Webb eine größere Rolle inne. Neben seiner Schauspieltätigkeit führte Johnson 2008 bei dem Kurzfilm Heard a Mermaid Singing zusammen mit der Schauspielerin Victoria Charters. Die Regie, beide spielten auch die Hauptrollen. Für den Kurzfilm wurden sie 2008 beim Park City Film Music Festival und dem Great Lakes Film Festival ausgezeichnet. Johnson ist seit Ende 2005 mit Kathleen Ovisen verheiratet, die sporadisch auch als Schauspielerin tätig ist und auch bereits in jeweils einer Folge von The Shield und Saving Grace neben Johnson mitwirkte. Beide sind Eltern eines Kindes. Filmografie 1990 Mirage 1996 Pacific Blue Die Strandpolizei 1998 Zweite Liga Die Indianer von Cleveland sind zurück 1998 1998 Blade 1998 zu 2000 Pensacola Flügel aus Stahl 2002 zu 2007 The Shield Gesetz der Gewalt 2005 Smallville 2006 Cold Case Kein Opfer ist je vergessen 2006 Desolation Canyon 2007 zu 2010 Saving Grace 2008 I heard a Mermaid singing 2009 zu 2011 Sons of Anarchy 2011 zu 2012 Prime Suspect 2012 The Mentalist 2012 Burn Notice 2013 Dexter 2014 Kassel 2014 Motive 2014 Kavate Fairs 2014 zu 2015 Chicago Fire seit 2014 Bates Motel 2015 2015 Die Vorsehung Die Vorsehung